Vor genau zehn Jahren, in der Nacht zum 31. Oktober, es war Halloween, wurde eine amerikanische Kleinstadt das Opfer eines unheimlichen Mörders. Sein Name war Michael Myers. In dieser Nacht geschahen Dinge, die bis dahin unvorstellbar waren. Danach war Halloween nie mehr, was es vorher war. Alle hielten Michael Myers für tot. Jetzt ist er zurückgekehrt und es ist wieder Halloween. Hilf mir! Er ist hier, um diese Kleine zu töten und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Oh Gott. Wer wird der Nächste sein? Nein! Halloween 4 Michael Myers ist zurückgekehrt.